Hi T, ich bin's Brad aus dem Knast. Nein, das muss ein Doppelgänger oder so sein. Er ist tot. Ich habe Bilder von seiner Beerdigung gesehen. Ich weiß, dass er tot ist. Warum kommst du nicht mal vorbei und besuchst mich, Brad? Oh. Jetzt ist es nicht der richtige Zeitpunkt für einen Besuch. Hey, Lamar. Hey, Ira, du machst mir Angst, aber bist irgendwie cool. Wir sollten mal reden mit Franklin oder ohnehin egal, Alter. Halt die Fresse, du Bastard, Alter. Naja, das ist jetzt schon irgendwie nicht demoliert. Kann ich da nicht rein? Ach, Ron. Von Grüße aus Sanchez. Wir vermissen dich. T, wie ist es so in Los Santos? Wir vermissen dich. Wir vermissen dich wirklich. Hör zu. Hier haben überall komische Leute rumgeschnüffelt. Niemand ist glücklich darüber und es ist schwer für mich als kommissarischer Geschäftsführer meinen Job zu machen. Ich glaube, es wäre besser, wenn du zurückkommst, mir hilfst und für immer. Hier bleibst du, wie wir es besprochen haben. Ich habe Angst, dass dich die Echsenmenschen in Los Santos erwischen. Sie sind da. Ja, die Lost scheinen eine Menge Probleme zu haben. Seit deinem letzten Besuch, die O'Neal sind auch wie vom Erdboden verschluckt. Ich hoffe, sie wurden entführt, aber wahrscheinlich tauchen sie wieder auf. So ein paar Schnesen haben hier rumgeschnüffelt und sich im Ort nach dir umgehört. Vermutlich sind das die Typen, mit denen der Deal geplatzt ist, aber das konnte ich noch nicht bestätigen. Naja, aber wie dem auch sei, ich vermisse dich, den Geschäftsführer-Kommissarisch. Run. Hör auf, so ein Weisheit zu sein. Verdienen Kohle für uns und wenn jemand dem Laden zu nahe kommt, macht, was ich dir gezeigt habe. Eispickel in den Hinterkopf und das Gehirn mit dem Streuen raus schlöpfen, Tee. Genauso wird geantwortet auf die Leute. Was? Achso, direkte Vernetzung. Interessant, interessant. Gehen wir mal direkt da hin. Ist wahrscheinlich der, ähm, FIB-Typ. Aber ich denke, wir machen das, äh, mal mit, äh, irgendwo dann Michael. Mit dem ist es cooler, irgendwo hinzufahren. Deswegen machen wir das mit Michael. Und mit dem, äh, mit dem, äh, mal mit. Ich bin, äh, mal mit. Ich bin, äh, mal mit. Ich bin, äh, also mal mit. Ich bin, äh, in der beste Form der Leben. Ja, ja, ich kann immer mit dir nehmen, Fib-Typ. Ja, ich kann immer mit dir nehmen, Fib-Typ. Das ist wegen du überraschst. Nicht wegen du guter Form. Hey, warum nicht dein, schau dir geräuschst und fühlen so schlecht über dich, okay? Right, Porkchop? Hey, fuck you. You know, I'm beginning to think that's exactly what you want to do. Yeah. Jesus. Just said the same fucking thing to my wife. Did you see his face that last time I popped him? Boom! Oh, ladies! God! You're an asshole. You. You back there. I know you, but you? You I don't know. Yeah, well, until I see reason otherwise, why don't we just keep it that way? Steve, what a pleasure, bro. He reminds me of one of those guys you see advertising pills for middle-aged men that can't get erections. Hey, Devin Weston? He's a very good friend of mine, so why don't you watch your tongue? Cuz let me tell you something, that guy gets more tail than, uh... Than a tail catcher! I don't have to fucking remember that line. You. Where did we meet? Nowhere, pal. Yeah, we did. Hey, pal. What are we doing here, huh? This. Please, keep the snake bastard away from me. No, no, Ferdinand. He's gone. He's gone. It's okay. I've got some new friends here now. This is Michael. And this... This is Trevor. No. Now, our friend here, he claims he doesn't know anything. I don't know anything. I don't know. I already told nothing. Nothing. I don't know anything. Please. Please. You know about the Azerbaijanis. Huh? Azerbaijanis. I do audiovisual. High-five audiovisual. It's top man. Good prize. VIP. You know? You're a fucking spy. No, 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 no. I'm not a spy. And the asswipes at the agency know this. No. So I need to know. What did you tell them? And what did they tell you? I... I told... I told them what I tell you. Uh-huh. What... I... Hey! This doesn't work. Whoa, 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 what is this? The house in Rockwood Hills. The man who owns it. He works at the consulate. Oh, that's all I know. That's it. That's it. That's it. I go. You're gonna make him speak. No, 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 no. You two are gonna drive up to Rockwood Hills. And when we find out which man is the man with the problem, you put him down. No, 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 no. Cause I'm tired of these fucking nitwits at the agency taking all the glory. Let me go. Hey, fuck is all this, huh? I think it's a good time, buddy. You know? Go for a drive. Wait. No. You get to work and, uh, I'm not here. It's Caesar's place, around the corner from your house. Yeah, super. Das ist so eine Folter-Aktion. Das ist die Folter-Szene in GTA 5, die jetzt kommt. Alles klar. Wissen wir schon Bescheid. Aber ich schneide hier nicht irgendwie raus oder so. Ich werde jetzt einfach ganz normal weitermachen. Ja. 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 Genau. Ja. Aserwegianis Ja call him Halt Halt Ok, ok, ok You sure you don't silence him just to make sure If we're silencing someone, we're silencing the right someone Get me another address CUT Hey, you want a coffee? Some water Turns out that was the wrong Azerbaijani We need a new address from Mr. K Choose your instrument und gehen zu arbeiten. Wo wir beginnen, ey, Junge? Warte! Was sagst du, der falsche Mann? Nein! Wer willst du? Just sag mir, was du willst. Ah, Mann? Ah, bitte. Schau mir, bitte. Komm schon! Wir haben ihn noch nicht verraten. Just sag mir, was du sagst! Sag mir, wo wir beginnen. Sind die Teufel weniger benötig als die anderen? Meine Teufel sind perfekt. Sie sind wunderschön. Der beste Weg, um ein Mann zu sprechen, ist, um ihn zu können zu sprechen. Das tut sehr viel. Herr Phillips, sag ihm über Tahir Javan. Was hast du mir gefragt? Ich wusste, Tahir. Ich wusste, Tahir. Ich wusste, Tahir. Er ist in Chumash. Er ist in Chumash. Er ist auf der Westen Highway. Das war nicht so schwer, war es? Ah! Du hörst das? Er ist in Chumash. Er ist in Chumash, der Westen Highway. Schumash. Schumash, du spielst. Er ist in Chumash. Er ist in Chumash. Schumash! Er ist in Chumash. Was ist das? Kein Geheimnis. Es gab mehr Augen auf die Stadt, als sie brauchten. Ja, in meinen Augen, Trevor ist dein Problem, Dave, als er ist mein. Er ist kein Problem. Wir monitorieren ihn. Hat er gesagt nichts über Brad? Ja, ja, hat er. Plenty. Ich verabschiede das Thema. Er denkt, dass du eigentlich verabschiedet von Brad, wenn das alles vorbei ist. Das ist gut. Wir senden noch ein Buch. Es ist auch Zeit. Oh. Also, das ist du, der senden diese fucking Läder zu Trevor? Ja. Er denkt, dass er von Brad ist. Er denkt, dass er in hohe Sicherheit ist, und nicht... Well, nicht sechs feet unter, in einem Michael Michael Townley. Die Trainern schreiben sie. Es ist ein guter Übersetzung. Ja, da fuck. Wie hat das angefangen? A paar Jahre, ein Läder kam zu dem FEDERAL-PRISON-System, zu Brad. Es wurde nicht verabschiedet, aber es gab eine P.O. Box in Sandy Shores. Ich spielte die Rolle von Brad, und wir haben eine Korrespondenz. Ja, danke für mich, Davey. Ich war dir ein favoror. Ich dachte, dass du in der gleichen Lage bist. Ja, also jetzt was? Ich sitze, und hoffe, dass er es nicht herauskommt? Es funktioniert so weit. Er ist eine Zeitung, Dave. Und du, wirst du es wissen. Perfekt eingepackt, würde ich mal so behaupten. Brad ist tot. Also, alles klar, wissen wir Bescheid. was? Das wird funktioniert. Alles klar. Alles klar. Wir wissen, wer wir suchen. Ja, wir brauchen die Beschreibung des Schweres. Ja. Ja. Ich mache ihn. Lass ihn auf. Nein, nein, bitte. Was? Lass ihn auf. Nein, bitte. Nein, bitte. Nein, bitte. Nein, bitte. Nein, 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 nein. Ich hatte ihn mit. Er ist auf das Kacke. Lass ihn mit. Ich hatte ihn. Das ist, was? Ich bin fertig. Er ist kuck. Ich denke, er wird ein Stiff. Hey, 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 hey. Jetzt? Jetzt? Ich bin bereit zu sprechen. Das ist das, was wir Angst haben. Das ist das, was wir Angst haben. Ja, 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 das ist das, was er sieht. Was ist er? Ich bin, 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 ich bin. Ja, ja, das ist, du bist. Das ist das, was ich bin, ich bin. Mittelfde, 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 was er ist, okay? Er ist ein Azerwajaner, für Gott sei Dank. Schau mal, ist das genug für dich? Du bist meine Augen, Townley. Was sieht? Wir sind live. Du siehst jemanden da unten, der könnte ein Azerwajaner sein? Was ich weiß? Du könnte ein Azerwajaner sein, für alle, was ich weiß. Was sieht ein? Sieht ein Azerwajaner. Hatte, die Stadt sieht ein Azerwajaner, Davey. Du musst folgen den Shah und den Klassik-Kommunismus für das. Werden wir das? Nein. Sieht ein Azerwajaner sein. Mach ein Azerwajaner, Dave. Wir brauchen mehr Info auf diesen Mann. Sie haben eine Party da unten. Das ist nicht gut, mein Freund. SiehtOOD. Warte, sieh! Ich freue mich! Ich bin. Ich... Sieh! Woh! Ja. Es ist auch nicht das größere Tool, in der Room! Wie!? Oh! Oh! Es ist going to hurt! Neyshot! Hasn't this man done enough for national security? Rise and shine! The light! Let me go through it! So what have you got for us? Hmm? We need Trev to shake up your memory again? No, no! No, no, no! He's got fear! Oh, he's got fear? He's got pushy fear! Uh-huh. I think you're making this up. No, no, I'm not. No. Yeah? I'm telling you the truth! Roshi beard? Got any beardy types at this party? Huh? Because that's all Mr. K's given us. No! You know, I'm thinking maybe we ought to just take two bullets and put them in our performance and just call an airstrike on Chumash beach. We're back in. Give me some eyes. Wer bin ich für? Steve sagt, Beard. Was hast du? Einfach etwas spezifisch, oder ist ein Stubbel geschehen? Wir beginnen mit Mountain Men, und wir arbeiten unseren Weg nach, bis jemand die Profile befindet. Es gibt ein paar Beards bei dieser Party. Vinewood ist voll von Weakchins. Der Ort ist bekannt für ihn. Verdammt! Beards sind in Faschen in Jumash. Land of Beach Hipsters. Wir brauchen mehr. Es wird ein langer Tag, bis wir uns ein paar Infos zu geben. Er hat Bier. Er riecht. Er riecht. Er riecht. Er riecht wie ein verdammt. Ich weiß nicht. Trev, vielleicht noch einmal? Nur um sicher. Nein, bitte, nein. Ich habe gesagt, er riecht. Er riecht. Das ist alles, ich weiß. Sie werden das hier in der Schule in kein Zeitpunkt machen. Das ist legal, Bro. Egal! Ich werde es drinnen. Ich werde es drinnen. Ich werde es drinnen. Meine Mache! Ich werde es drinnen! Sag das! Purcher! Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Ich weiß nicht, was alle Leute zu tun, persönlich. Dasuo, was alle zu tun. Für den Einfach. Er hat er es nehmen. Wir indem ihn runter. Bei mir runter. Ich으�ler. Und heute fingernail? Ganz daran über die Regulation der дальшеher. Mit Ng Earlier? Das ist eine Art Er念 Depois. Mr. K, Mr. K, I don't know anything, please. Okay. He changed smokes, and his left hand it. What's that? He changed smokes, and his left hand it. Ah, okay. In these bearded guys at the party smoke cigarettes, Mr. K says he smokes like a pack of two a day. Redwood cigarettes? Thank you Mr. K. Steve's telling me he changed smokes redwoods. It ain't the cigarettes that'll kill him. It's the guys who put the warnings on the packets you should worry about. And he's left-handed. Oh, now I get it. You're telling me to assassinate a guy because he's got facial hair, a cigarette, and he's left-handed. Ah, I see someone. He fits the profile. Yep, fits it all the way. I got a good feeling. Well, as good as you can get while clipping a guy who probably don't deserve it. And now I'm taking the shot. Davey, I got someone. Definitely a lefty. Redwood smoking, bearded, maybe, could be, used to be, Azerbaijani. Good enough for me. Steve, it's done. Woo! That is a wrap, my friends. Excellent work to the pair of you. Now I got a racquetball game to get to, so Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh, come on, please. Shut up! Ah, it's a sport. Let's go. Come on. Let's go. Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-man fucking scumbags tell me what to do. What? You just torture me. Don't ask too many fucking questions. Let's go, get up. Come on, up the fucking stairs. Oh, for fuck's sake. Come on. Let's go. Alright. You got a flight to catch. Okay? Let's get you to the airport. Oh, safety first. Yeah, okay. Okay, bringin' wir ihn zum Flughafen. Hey, how's your mouth? It hurts. Can you speak? Kinda. Are you gonna hold it together? I want to go home. I want to see my family. No, 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 you have no home. You have no family. That shit is over. I do. Turn into Morningwood. I love him very much. No, that's your old life. That's over now. You're off the grid. You're one of the invisible people. Just take me home. I'm taking you to the airport. You're gonna get on a plane. You're flying a long way from this country and you're gonna spread your message. I don't have a message. You're a torture advocate. Advocate? The media and the government would have us believe that torture is some necessary thing. We need it to get information. To assert ourselves, did we get any information out of you? I would have told you everything. Exactly. Torture's for the torturer. Or the guy giving the orders to the torturer. You torture for the good times. We should all admit that. It's useless as a means of getting information. I'm feeling lightheaded. Sometimes you torture for the torturee, but only if they're prepared to pay. I am very unwell. It's me, 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 me with you. Jesus Christ, good grief. I thought we really bonded, but now I'm having my doubts. Departures. No one drives me to the airport. What? 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 But my family is here. Your family is probably the ones who got you fucking in here, all right? Now look, trust no one, all right? You're alone now. Really? Yeah, really. Now let's go. Fuck off. Come on. Come on. Just stay away, okay? We're still in strenger Vorschrift. 90%, aber immerhin, das ist ja schmort. Sehr schön. Okay. Thank you for it.